Mit der Absicht bei AR kann man ein paar Übungen zu den Grundfunktionen des Körpers machen. Die Absicht braucht nur einen flachen Öndergrund. Am Menü kann man den Grundkörper ausfüllen. Beim Filter erlaubt man den Eko hell zu machen oder einen Hörnergrund. Ich kann die Körpers, die hier angewiesen gehen, zoomen. Ich möchte auch an den Körpers eine Rabe wählen. Ich kann an den Körpers spannen. Bei den Aufgabengesehenen soll ich zum Beispiel ein Screenshot machen von allen Körpers, die in Pyramid sind. Hier habe ich zum Beispiel ein Pyramid, da trägt man die Kamera als Symbol und ein Screenshot. Und so kann ich da weitergehen bei den Körpers.